ja moin freunde direct x ist am start mit einer neuen folge let's play mittelerde mordor schatten ja und in der letzten folge hatten wir ja hier einen massiven feind kontakt unser aktuelle ziel ist red back der feigling ich schaue mal eben hier auf die ne da ist falsch auf die map und genau bevor ich es vergesse der verfolger ist noch eine weitere mission was heißt mission das glaube ich eine nebenmission und da hatte ich ja in der letzten folge angesprochen dass wir uns darum kümmern denn um den verfolger den kennt man eigentlich auch der war schon kurz in der zwischensequenz zu sehen handelt es sich natürlich um ach sage ich jetzt einfach mal nicht vielleicht schaltet ihr jetzt gerade zum ersten mal rein dann nehme ich schon was vorweg ne sag ich jetzt nicht so da werden wir aber hin laufen ist auch gar nicht so weit entfernt und ja gucken wir mal dass wir da hinkommen was bedeutet eigentlich die symbol ist das ein spezieller feind so soll man ihn mal versuchen keine ahnung ich könnte den auch mal anschießen weil es aber ein riesen wie mein gott was ist das denn da kann ich auch gar keinen schaden ausrichten okay wir versuchen einfach mal was flüchten kann ich ja immer noch was ist das denn also ich kenne dieses wesen nicht auch nicht aus den filmen keine ahnung aber wird wohl aus dem herr der ringe universum stammen sonst wer hat ja nicht hier die urux werden gerade auch mal gefressen ja wahnsinn ja krass sorry aber ich wollte gerade mal schauen nach einem coolen samt nähe okay so auch erledigt so und jetzt muss ich hier nur noch irgendwie wegkommen ähm das sieht aber auch cool aus wir müssen mal schauen wir schauen uns den mal ganz aus der nähe an so jetzt muss ich nur gucken wie ich hier zurechtkomme mit der kamerasteuerung ich habe ich kenne das viel überhaupt nicht scheint irgendwie so ein so ein troll oder so zu sein ja wahnsinn aber der ist der ist übelst übelst heftig so ich will ihn mal näher ran bekommen krieg ich den näher ran ja so müsste es funktionieren der ist richtig richtig übel so ich will ihn mal besser sehen können so wie komme ich denn weiter zurück genau so das sieht ja richtig geil aus da mache ich noch ein screenshot so jetzt muss ich aber hier irgendwie weg kommen so und da müssen wir uns jetzt mal beeilen oh ne ah nein hoch mit dir boah der hat mich erwischt boah der ist aber richtig heftig ja ist ein bisschen schief gelaufen aber ja ich musste jetzt auch hier screenshots machen ich weiß okay wir kehren aber zum spiel zurück wir wir gehen zu unserem verfolger sie sind lichter die uns im land der schatten führen werden dort wo alle anderen lichter versagen es sind blasse reflektionen des lichts der beiden bäume und erinnerungen an ein verschwundenes königreich was mir zwischenzeitlich ist mir beim letzten mal schon aufgefallen ich habe früher ganz gerne criminal minds geguckt und diese synchron stimme hier das ist auf jeden fall die selbe synchron stimme wie von einem hauptprotagonisten aus der serie verwirrt mich zwischendurch mal so ein bisschen so wir müssen hier vorbei schleichen wo ist jetzt dieser tag abschauen ich dachte er sei hier vielleicht ist dir das vielleicht auch nicht wir können so der blitz der macht komische lichteffekte ich weiß nicht ob dazu sein soll aber ich denke mal nicht oder vielleicht hängt das damit zusammen mit meiner aufnahme hier so ein bisschen ich weiß es jetzt gar nicht ich hoffe nicht so der verfolger so und spätestens jetzt wisst ihr um wen es sich handelt natürlich um gollum du hast die aufmerksamkeit einer geheimnisvollen kreatur erregt suche sie und finde heraus was sie über dich weiß das machen wir jetzt einfach was glaubst du wer sich dort in den schatten verbirgt irgendeine große macht hat ihn für sich eingenommen das spüre ich ob er uns antworten liefern kann für uns beide dann sollten wir ihn finden das sollte nicht sonderlich schwer sein diese spuren scheinen weder mensch noch biest zu gehören umso mehr grund ihnen zu folgen sieh dich vor diese kreatur führt uns noch in den untergang na ok ich muss mich mal in dem duell hier stellen weil ich die sklaven natürlich befreien will ja nö nö und waffnen tue ich mich hier auf gar keinen fall da kommt noch der kopfgerollt ok so nicht einmal ausgestoßen verdient solch ein schicksal der mensch scheint ein ums andere mal in gefangenschaft zu enden so ähm und haben wir denn da da haben wir auch noch welche ähm die sitzen anscheinend in der hütte dort die im sklaven sind ihm schließlich doch jetzt kommen ich hätte sie schon nach dem ersten versuch aufhängen lassen schneidet ihnen die beine ab die brauchen sie nicht um zu graben hä was war das so ich muss angreifen jetzt muss ich aber gas geben weil hier wird nicht so einfach sein sind halt sehr viele ok einen konnte ich erwischen so die betäubung ist hier ganz nützlich so kann man sich hier teilweise ähm ja so die gegner ein bisschen vom hals halten und die sind dann sind dann auch erstmal so von einem ab das ist ganz praktisch oh ich würde ihn gerne jetzt finishen ja ok ich muss dranbleiben auf jeden Fall jetzt mal schnitzeln ein bisschen so jetzt habe ich ihn aber so er hat noch nicht genug jetzt aber weil das blut ist mal eben so voll auf die wand gespritzt ähm aber das war hier kein Sklavenziel ich bin grad ein bisschen verwirrt ich sehe gar nicht ähm ich habe zwar das optionale Ziel also hier befreie die Sklaven aber ich weiß nicht wo unser Verfolger hier gerade ist ist so ist das die richtige Richtung ne von da sind wir gekommen so den Pfeil muss ich noch mitnehmen so dann scheint es unser Verfolger hier irgendwo lang oder der ist hier irgendwo drin die Spur führt ja ok noch mehr Sklaven die scheinen auf dem Weg zu liegen die Ziele ich muss mal eben hier orientieren das sind nur vier da oben ist auch nur einer ich werde versuchen jetzt von hier auszuschalten war jetzt nicht so günstig so jetzt aber ja ja ich wollte was anderes machen ja ich wollte anschleichen aber ja hab aus Versehen mein Schwert gezückt das ist wenn man äh so ein bisschen übereifrig hier schnitzeln will so so der Move sah ziemlich cool aus ok so 4 von 4 befreie die Sklaven ok ähm so ich muss der Spur folgen ok anscheinend geht es da hoch ah ne komm sonst werde ich gesehen hm hm was war das? so mal ein bisschen schleichen hier so bin ich noch richtig? ja anscheinend ok es geht in eine Höhle dort es läuft davon ah da ist Gollum gewesen so jetzt kommen erstmal hier Fledermaus schwärme Wahnsinn das ist hier ähm quasi ja wie im Film so da ist er hoch ja Gesundheit erneuern können wir mal machen eben zwar zwar jetzt nicht super niedrig aber so hier hat er sich doch irgendwo versteckt ist das hier? ah ok ein Amulett ein Helben Amulett sieht zumindest so aus sieht zumindest so aus was für ein Art Zauber ist das? ein verlorenes Abstück, Talion ja du erinnerst dich an einige Feindsteppel ja nur wünschte ich dass sie vergisst deine Familie weiß es in dieser Schmerz der uns verbindet elende Kreatur was willst du von mir? oh je oh oh es läuft davon oh das hätte aber ins Auge gehen können damit war ich jetzt äh so ein bisschen überfordert so wo will er denn hin? ach du heilige Jäger sollten schnell getötet werden drücke während des Laufens A um Speeren auszuweichen oh je die kommen jetzt hier auch noch mit Speere boah und hier da ist noch so ne Best hier ich glaub ich werd verrückt hier so jetzt äh jetzt wird das Ganze ein bisschen anspruchsvoller und der hier der sollte mal ganz schön damit aufhören weil die werfen immer die Speere und so viel halte ich dann auch nicht aus kann der nicht gefressen werden? tippe A um Angriffen auszuweichen okay ja ja ok ich muss den aber auch irgendwie ein bisschen bekämpfen können das gelingt mir gerade hier nicht Betäubungsattacken sind wirkungslos na toll oh ich glaub ich hab's hier versammelt ich hab's versammelt ich glaub ich muss den sogar mit nem Bogen bekämpfen da bleibt mir glaub ich keine andere Wahl ja nichtsdestotrotz wir müssen das Ganze nochmal machen hier ähm 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 ich weiß aber auch nicht ob ich irgendwie in irgendeiner Art flüchten kann also sprich an den Wänden eventuell bis hier verfolgt zu haben geht natürlich nicht okay dann muss ich jetzt richtig schnell handeln okay einer weniger ich hätte ich hätte das andere wählen sollen äh bei meinen Runen wo ich die Viecher reiten kann weil das könnte echt ein Problem werden womit ich hier nicht so leicht fertig werd hab ich sogar das Gefühl ja das Mist ich selbst töte nicht boah der kommt hinterher oh ne 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 muss ich wiederholen das ist schwierig das schwierig hätte ich gar nicht mit gerechnet das Vieh das äh das läuft davon das macht mich wahnsinnig so ich muss mal schauen wann sie scheinen die Karabau bis hier verfolgt zu haben wann das Vieh kommt und da hinten kommt es da ist er den will ich direkt ein verpassen vielleicht bin ich das ganze ein bisschen falsch angegangen vielleicht sollte ich den erstmal fressen lassen nein daneben daneben oh man das ist echt heftig mit ausweichen und allem ist das gar nicht so einfach da ist die Schwierigkeit echt ein bisschen hoch gegangen so und jetzt natürlich werde ich hier 10 mal angegriffen und ja wo ist denn der der Kreis ja das ich bin am kontern und werde sofort wieder hier angegriffen in der Seite ah jetzt bin ich hier das Hauptziel so jetzt muss ich hier aber auf Tempo machen ey das das ist nicht normal das ist ultra schwer gerade also beim ersten Mal hat der der mich nicht angegriffen wir machen mal was ganz anderes ich habe eine geile Idee es läuft davon so eventuell ähm kann ich hier was tricksen so was haben wir denn hier ähm ok ok bonusschaden chance von ok standhaft wir versuchen dann einfach mal hier mit so dann zurück und zu den Verbesserungen so und da können wir ein Karagor reiten von oben herab auf ein Karagor aufzusitzen ich werde es versuchen ich schalte das jetzt mal frei ähm eventuell funktioniert das ganze ja ich habe keine Ahnung auf jeden Fall werde ich so mit dem Biest und mit den Uruks nicht fertig weil er einfach zu heftig wird so und da kommt er schon so wenn der hier in der Nähe ist werde ich versuchen aufzusitzen dann kann ich nämlich mit dem Karagor hier kämpfen und habe dann wahrscheinlich die Möglichkeit äh äh klar zu kommen so aber die Kamera erlaubt mir gerade hier nicht zu sehen wo ich hier äh hochkommen könnte nein ich komme nicht nicht auf den Karagor kann ich ihn töten der ist tot wie habe ich den denn jetzt getötet der hat einen Schlag gebraucht wahrscheinlich die Beine ähm ja okay aber wir die Fähigkeit brauchen wir auf jeden Fall äh so oder so deine Kreatur lauert irgendwo hier in den Schatten so ich würde mich aber gern nochmal heilen ja okay kommen wir nicht mehr zu wir haben schon Gollum gefunden wir werden ihn zwingen ja 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 wir brauchen es zurück wir brauchen es schweig sei still mein Schatz schweig 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 du brauchst es wär so leicht sich an mich ranzuschleichen nein nein tut uns nichts schweig was warst ihr davon leuchtender Herr ja wir kennen ihn leuchtender Herr kam zu uns in unseren Träumen du siehst mich schweig schweig der Kreatur aah der Schatz er hat sie gezeigt er hat uns die Schätze des leuchtenden Herrn gezeigt genügt ja ja wir schwören es wir schwören dem leuchtenden Herrn zu denen wir zeigen ihm seine Schätze heil heil ich traue ihm nicht wir brauchen ihn willst du nicht erfahren wie ich bin ja ja okay wir haben den Auftrag abgeschlossen ja der Verfolger und ich würde sagen wir sind am Ende dieser Folge wenn es euch Spaß gemacht hat und ihr wissen wollt wie es weitergeht schaltet beim nächsten Mal auch wieder ein ich bedanke mich auf jeden Fall fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid ich bin raus bis dann los und leip Ni Vielen Dank.